dp audiobooks präsentiert tote fische fängt man schneller ein küsten krimi geschrieben von annie de fries gelesen von henrique tönnes wir wünschen viel freude beim hören prolog er stand auf dem asphaltierten weg oben auf dem deich und starrte in die schwärze die die grenze zwischen meer und himmel verschwinden ließ nur die lichter der frachtschiffe die irgendwo da draußen waren gaben einen hinweis darauf wo sich der horizont befand von der see her wehte ein kühler wind an land der recht schwach ausfiel wenn man sich vor augen hielt dass es hier in seeland für gewöhnlich um einiges stürmischer zuging so ließen sich immerhin die für ende oktober typisch niedrigen temperaturen gut aushalten hauptsache es regnet nicht sagte er sich sein blick wanderte von links nach rechts aber nirgends war der mann zu sehen der sich mit ihm verabredet hatte weder bewegte sich jemand durch den lichtkegel der in großen abständen aufgestellten laternen noch waren die umrisse einer person in den dunklen abschnitten dazwischen zu sehen er sah auf die uhr kurz nach elf am liebsten wäre er gegangen aber er wusste der andere mann würde noch auftauchen er hatte nie zu den pünktlichsten menschen gehört und daran würde sich vermutlich auch nichts mehr ändern aus dem augenwinkel bemerkte er eine bewegung er drehte den kopf nach links und entdeckte einen radfahrer der sich ihm zügig näherte das konnte aber der mann nicht sein auf den erwartete denn auf einem fahrrad wäre der so wie er selbst keine zwei meter weit gekommen weil der gleichgewichtssinn nicht mitspielen wollte auf dem rad saß eine junge frau die einen mantel und eine wollmütze trug lange blonde haare flatterten im wind während sie auf der deichkrone entlang fuhr als sie näher gekommen war nickte er ihr zu doch die frau nahm von ihm keine notiz ihre ganze aufmerksamkeit galt dem plärrenden smartphone das sie auf den lenker geklemmt hatte als sie an ihm vorbeigefahren war konnte er sehen dass sie mit irgendwem ein videotelefonat führte was erklärte dass sie nichts um sich herum wahrnahm es würde ihn nicht wundern wenn er morgen in den nachrichten hören würde dass am deich bei sölderdeig eine frauenleiche entdeckt worden war er selbst hätte nur einen schritt nach vorn machen und die einen stoß versetzen müssen um sie vom rad zu stoßen und zu überwältigen er sie überhaupt wusste was geschehen war das rote rücklicht ihres rats war mittlerweile kaum noch zu sehen und er richtete seine aufmerksamkeit auf die see und auf das meeresrauschen das eine sehr beruhigende wirkung auf ihn hatte ein doppelter piepston ließ ihn hochschrecken so sehr hatte ihn das rauschen in den wenigen minuten entspannen können irritiert sah er sich um konnte aber nicht sagen woher das geräusch gekommen war dann ertönte es wieder diesmal bemerkte er ein blinken auf dem parkplatz am deich eines der autos war offenbar per fernbedienung end und wieder verriegelt worden zu sehen war kein mensch doch irgendjemand musste mit der fernbedienung seines wagens spielen er kniff die augen zusammen und suchte die umgebung ab konnte jedoch niemanden entdecken er wusste der wagen hatte schon dort gestanden als er hergekommen war und daher wusste er auch dass niemand in diesem wagen gesessen hatte er konnte auch nicht in der zwischenzeit eingestiegen sein weil dann schon früher das geräusch zu hören gewesen wäre aber wo hielt sich derjenige auf der die fernbedienung in der hand hielt plötzlich bewegte sich etwas vor seinem gesicht aber was es war konnte er nicht sagen in der nächsten sekunde legte sich etwas dünnes kaltes um seinen hals und zog sich schnell zusammen ein draht ging es ihm durch den kopf doch seine verzweifelten bemühungen sich von dem draht zu befreien waren zum scheitern verurteilt da der sich schon zu tief ins fleisch geschnitten hatte und er ihn mit den fingern nicht mehr zu fassen bekommen konnte er versuchte zu atmen aber es gelang ihm nicht ihm wurde schwarz vor augen das letzte was er wahrnahm war eine stimme dicht neben seinem ohr reingelegt flüsterte ihm jemand zu erstes kapitel jenny van osterburg stand an der empfangstheke und betrachtete den zweiertisch ganz vorn im speisesaal der nach wie vor für einen gast gedeckt war für einen gast der allem anscheinend nach verschwunden war soll ich abräumen fragte ihre angestellte sießke die sich seit ein paar tagen mit einer feuerroten kurzhaarfrisur präsentierte an deren anblick sich jenny noch immer nicht gewöhnt hatte das würde wohl auch eine weile so bleiben da es ihr schwer fiel das neue aussehen zu akzeptieren bis vor kurzem war die junge frau mit bis tief in den rücken reichenden tiefschwarzen haaren gesegnet gewesen die ihren von natur aus dunklen teint unterstrichen hatten oh nein noch nicht antwortete sie als sie sah das sießke auf den zweiertisch zeigte das frühstücksbuffet war vor wenigen minuten abgeräumt worden natürlich gab es auch danach die möglichkeit ein frühstück zu bestellen weil ihre gäste es zu schätzen wussten wenn sie nicht auch im urlaub mit starren vorschriften konfrontiert wurden von denen sie im alltag schon mehr als genug hatten sollte ihr verschollener gast gleich zur tür hereinspaziert kommen dann würde er dennoch ein frühstück serviert bekommen wenn er es wollte guten morgen eine männerstimme riss sie auf deutsch aus ihren gedanken die ihr irgendwie vertraut war aber einen akzent aufwies den sie so nicht in erinnerung hatte sie sah zur eingangstür wo ein großer mann mit grauem bart und grauen haaren stand die er zurückgekämmt und zum pferdeschwanz zusammengebunden hatte er trug eine dicke stoffjacke die den mittlerweile herrschenden temperaturen durchaus angemessen war und in jeder hand hielt er einen altmodischen koffer die offenbar keine rollen hatten auf denen er die beiden hinter sich hätte herziehen können guten morgen erwiderte sie zögerlich da sie noch nicht so genau wusste wo sie diesen mann hinsortieren sollte was kann ich für sie tun erst mal kannst du zum du zurückkehren blondie sagte er grinste sie breit an und kam näher dann stellte er die koffer ab sie kniff die augen zusammen und murmelte niemand wagt es mich blondie zu nennen außer außer reiner trompeter führte sie den satz zu ende und schüttelte den kopf bist du das wirklich reiner tja entweder bin ich es oder ich bin ein anderer und trage nur eine maske die aussieht wie ich konterte er was meinst du das werde ich schon herausfinden sagte sie wenn du anfängst zu schreien sobald ich versuche die die maske vom gesicht zu reißen weiß ich ja ob ich einen betrüger vor mir habe dabei machte sie mit ihren fingern lockerungsübungen als wollte sie ihre letzten worte jeden moment in die tat umsetzen sie tat drei schritte auf ihn zu und fiel ihm um den hals was kein leichtes unterfangen war da er mehr als einen kopf größer war als sie allerdings kam der mann ihr entgegen indem er sich gleichzeitig vorbeugte so dass ihre köpfe auf gleicher höhe waren während sie sich an ihn drückt beinahe hätte ich dich nicht wiedererkannt sagte er ich hatte eine frau mit wallenden goldblonden locken erwartet nicht mit diesem kümmerlichen rest da oben auf dem kopf von den goldblonden locken habe ich mich schon vor langer zeit verabschiedet weil die bei dem wind der hier fast immer weht einfach auf dauer unpraktisch sind aber erzähl mir lieber wieso du hier bist wie hast du mich gefunden wollte sie wissen als sie sich wieder von ihm gelöst hatte das war ganz einfach sagte reiner okay ganz so einfach war es nicht ich kannte nur die alte telefonnummer von deinen eltern aber der anschluss existiert nicht mehr dann habe ich mir im internet den stadtplan von westkapelle angesehen und festgestellt dass einer der souvenirläden immer noch den gleichen inhaber hat wie damals also habe ich da angerufen und er hat mir die telefonnummer vom hotel deiner eltern in lissabon gegeben ich dachte zuerst der gute mann hat was durcheinander geworfen aber dann meldete sich tatsächlich deine mutter als ich da anrief ja mein großvater hat meiner mutter das hotel vererbt sie konnte einfach nicht widerstehen das haus zu übernehmen aber das ist jetzt auch schon wieder acht oder neun jahre her ich störe nur ungern jenny meldete sich ein mann der noch keine 30 zu sein schien und dessen rötliches haar auffallend schütter war aber ich muss einen berg rechnungen überweisen und ich weiß nicht ob du diese drei sachlich richtig gezeichnet hast oder ob das gekritzel half sie ihm mit einem grinsen auf die sprünge als sie sein zögern bemerkte ob das gekritzel etwas anderes zu bedeuten hat erhielt ihr die rechnungen hin sie betrachtete ihre notiz und grübelte einen moment lang was das von ihr stammende kürzel bedeuten sollte ach ja richtig bei den rechnungen stimmt das datum nicht der neue kaffeelieferant hat die rechnungen und das lieferdatum um zwei wochen zurückdatiert womit sie jetzt schon überfällig sein müssten obwohl er erst am freitag geliefert hat da hattest du ja frei gut dann werde ich ihn anrufen damit er das korrigiert sagte er schreib ihm lieber eine mail dann können wir es besser dokumentieren falls es bei ihm eine masche ist um seinen kunden mahngebühren in rechnung zu stellen bestimmt nur einen computerfehler gab der mann ironisch zurück ganz bestimmt pflichtete sie ihm augenzwinkert bei sie drehte sich zu ihrem besucher um das ist übrigens jan wilhelm decker meine rechte hand hallo begrüßte ihn rein